Ja, ich mache hier eine Kurve und dann auch von unten, dann bin ich rechts raus. Rechts oben geht's. Ja. Kursi, gut! Ah, der ist Gelsi. Hörst mich aus. Krzysztof! Ja, nice. So we are here, Stubay. Got Mr. Krzysztof Schenk here. Just hooked him up in the parking lot with a pair of my powerskis. And Samuel Antermaten straight from Zermatt. Got some nice early season conditions here. Kind of sharky still, but no fucks given. We're gonna be skiing that line over there. Ja, du. Okay Das ist geil. Vor voraus. Hast du das meine, einen Recliffe genommen? Ja, das ist easy. Da könnte ich voll raus. Im Powder machst du dir die Schuhe zu. Der ist gleich viel stabiler, wenn der Schnee wie kacke ist. So zu wie sie beim Trippel waren. Falsch! Modell. Wooo! Sande! Wow! Perfekter Take-off! Mundschutz und geben wir die Wutze! Ja, Christoph! Wir müssen hier oben durch die Steine durch und unten ist noch offen. Ja, Ami! Wow! 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 Super geil! Super geil! Wir sind zu radikal, der zu snicken. Ja! Eben Info! Ja! Ich verstehe keine Worte hier! Ja, Christoph! Ja! Wuhu! Super geil! Super geil! Super geil! TE-